Ja, es geht um mein erstes Tattoo, das habe ich händisch mit der Nahl gemacht, weil mit der Tattoo-Maschine habe ich mich nicht ausgekannt, da habe ich nicht gewusst, wie man die Nahl einspannt. Jetzt habe ich es so reingestochen und farbig, mit Rot, Blau, Gelb, Schwarz. Das ist so eine Art Blume, so, ja, etwas naiv schaut das aus, und da unten, das soll so Art wie das Zeichen von Sang sein, so ähnlich wie ein Skispringer auf der Schanze, der da durchgewinnt, dass er unten landet, das ist so runter, rauf und wieder runter, so Art wie das Zeichen von Sang, ich hoffe, es ist halbwegs gelungen, das Tattoo, und vielleicht schauen wir weiter.